Hallo, ich bin heute früh runter, um die ersten Darts im frischen Morgentau zu schmeißen. Und dabei habe ich zweimal achte Runde ausgemacht, einmal zehnte Runde und jeweils das Ende von achte Runde habe ich sogar teilweise auf Film und das haue ich jetzt einfach hier rauf, damit ich es für immer habe. Im Internet. Niemand kann es mir mehr nehmen. Ich hoffe, dass in ein paar Wochen das Video total lächerlich ist, weil ich die achte Runde ständig ausmache. Ist ja klar. Hoffen wir alle. Ich stelle mir hier gerade 90 nach fünf Runden. Das war ziemlich nice. Schauen, ob ich das irgendwie so mache. So, probieren wir es mal. Das ist nur eine Kamera, komm. Kathi, bleib hier. Nein, nein, bleib hier. Papa. Ja, Papa. Ja, aber Papa. Papa? Papa! Papa! Ah, der Papa macht schon mal. Schade, schade, schade. Kaddi, komm! Jetzt sitzt da das Baby, jetzt kann ich nicht weitermachen. Baby hat eine riesen Party. Hey, Catalina! Kannst du woanders hin gehen? Hallo? Kannst du auch den Platz wechseln? Nein? Ja? Nein, kannst du nicht wechseln. Wir müssen später weiter machen. Simon? Was machst du denn? So. 63, das ist eigentlich 15.000. Aber natürlich klappt das jetzt nicht, weil ich hier total aufgeregt bin, weil ich die siebte Runde machen wollte. Schade, ich habe es nicht geschafft. Ich glaube, es ist nicht geschafft. Ja, klar! Ja, klar, jetzt schon. Der hätte gesessen. So, jetzt haben wir noch mal geübt. Nein! Achte Runde immerhin. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, dann klicken wir Optionen 2. Ja, 22,7 pro Dart. Ist in Ordnung. Ja. Ja. Tja. Kann man nichts machen. Hätten wir schlauer ausmachen können. Hätten wir schlauer ausmachen können. So, die jüngste darted auch gerade. Wie man sieht. Katja, was machst du? Du willst du Darts spielen? Du willst du Darts spielen? Darts spielen? Darts spielen? Darts spielen? Darts spielen? Jetzt versuchen wir es nochmal. Das erste Mal sehen wir jetzt einen Fehler von meinem Automat, der manchmal den Spieler umschaltet. Wo er noch gar nicht fertig ist. Ah ne, das geht doch. Dann sehen wir, dass ich gerade einen 140 und eine 100 geworfen habe. Auf dem anderen Account. Ah! Jetzt kommt das, wenn man mal die Kamera anschaltet. Habe ich überhaupt schon ein Rekord gemacht? Ja. So, jetzt haben wir nochmal eine Chance hier. Wo ist AI heute? Schade. Triple 18 wäre besser gewesen. So ein Schmaler habe ich meine Tabelle. Ja, die Tabelle habe ich belogen. Ha! So. Siebte Runde. Nein! Falsches Triple! Ah! Versuch von Triple 2. Falsches Triple kann man auch sagen. Oder man sagt fett abgefischt. Aber in dem Fall wollte ich das ja gar nicht. Ja. So. Achter Runde. Doppel 2. Yes! Yes! 23,8. Jetzt sind wir über 70. Average. 21 Darts. Nice. 3 x 7 ist eigentlich 21. Passt schon. 21 Darts. Sehr geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Tschüss. . . .